Piper! Ich wusste, du blöbst. Piper! Dann wollen wir doch mal sehen, wie es deiner Mama so geht, nicht wahr? Slammer, halb die Stellung. Sag gute Nacht! Oh! Danke! Hör zu, wir müssen Piper retten. Wie stellen wir das an? Indem wir die zwei erledigen. Alles klar. Eins, zwei, drei! Alles klar, eins, zwei, drei! Ah! 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 Ah!